Im vergangenen Jahr haben wir uns intensiv mit unserer Strategie beschäftigt. Dabei gibt es zwei große Veränderungen. Der erste Veränderung ist der Name unseres Instituts. Wir werden ab sofort heißen Institut für Biomedizinische Technik und Forschung. Health als Branding-Name bleibt bestehen. Die zweite große Änderung betrifft unsere strategische Ausrichtung. Wir werden uns stärker fokussieren auf unsere Kompetenzen und haben dafür Leitthemen identifiziert und definiert, anhand derer wir unsere Kompetenzen ausrichten wollen. Die Leitthemen sind die dermatologische Forschung, die neurologische Forschung, die Stoffwechselforschung und das Thema Digitalisierung in Medizin und Pflege. Untertitelung des ZDF für funk, 2017